. 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 Herzlich willkommen zu den Mitternachtsspitzen. Hallo zu Hause. Höhen der Warteschall. Danke, bitte. Bitte, Leute. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Bitte, wir wollen. Es ist ja hier eine Stimmung, wie wenn bei der AfD die Umfragewerte durchgegeben werden. Wo sind sie jetzt? 19%, 20%, ich glaube schon kurz vor 50%. Ist ja der Wahnsinn, oder? Und die CDU denkt sich, schade, dass man mit denen nicht koalieren darf. Nee, Entschuldigung, Sie überlegen natürlich laut, was man jetzt machen kann. Und setzt dabei vor allem auf das Singen der Nationalhymne. Und wenn es woran mangelt in Deutschland, dann doch am Singen der Nationalhymne. Das hilft gegen alle Probleme. Wenn ich mir den Fuß breche, singe ich meistens erstmal die Nationalhymne. Was meinen Sie, wie viel mehr Pflegekräfte, Kita-Mitarbeiterinnen und Lehrer wir hätten, wenn da öfter mal die Nationalhymne angestimmt werden würde? Da ist einfach zu viel Rolf Zukowski. Der versucht, die Themen der AfD zu besetzen, indem man ins selbe populistische Horn bläst, scheitert doch schon am Personal. Entschuldigung, Philipp Amthor mit der Deutschlandfahne am Revier. Das sieht doch aus, als wäre ein kleiner Bub im Bundestag ausgesetzt worden und von Politikern großgezogen worden. Der Kaspar Hauser der Demokratie. Gefüttert mit alten Gesetzestexten. Wenn der mit einer Deutschlandfahne rumläuft, dann denke ich, das ist Werbung für Deutschländerwürstchen. Das ist doch nationale Gesichtswurst. Was hat denn die CDU für konstruktive Vorschläge? Entschuldigung, komm, Gendern verbieten, Festkleben verbieten, Cannabis verbieten und wie schlimm es ist, dass die Grünen alles verbieten wollen. Entschuldige, das sollte man verbieten, dass ihr dazwischengrätscht die ganze Zeit hier. Was ist denn hier los? Irgendwie drehen alle am Rad, oder? Und man lässt jeden inzwischen zu Wort kommen. Hier, Achtung, jetzt kommt's gleich. Die hessisch-niedersächsische Allgemeine Zeitung. Pass auf. Kassler Heizölhändler hält viele Häuser für ungeeignet für Wärmepumpen. Ja, Eiderdaus. Wenn ich über die Sinnhaftigkeit von Wärmepumpen etwas wissen will, dann frage ich auf jeden Fall einen Heizölhändler. Ja, wen denn sonst? Wenn ich einen Tinnitus habe, frage ich doch auch nicht, Tobi, wo kommt der her? Ja, oh! Jetzt habe ich einen Hörsturz auch noch dazu. Fragen die einen Ölhändler, wie sinnvoll Wärmepumpen sind. Wenn ich wissen will, wie schön Köln ist, dann frage ich doch auch keinen Düsseldorfer. Ja. Fehlt nur noch die FDP, dann haben wir das Elend komplett. Die geht mir inzwischen auf den Sack mit ihrer Technologieoffenheit. Wir haben Technologien, die CO2-neutral sind, aber die FDP sitzt auf Technologieoffenheit. Was soll das sein? Grüner Wasserstoff, gelbes Erdglas, blaue Schlumpfspucke. Klar, man könnte Solaranlagen und Windkrafträder bauen, aber die FDP wartet lieber auf Eierkocher mit Atomantrieb. Man will pfiffige Ideen und dann lubt Kubicki um die Ecke. Das hat mit pfiffigen Ideen nichts zu tun, wenn man auf dem letzten Loch pfeift. Das sollte die letzte Generation als Herausforderung sehen. Technologie offen bleiben, anstatt sich immer nur festkleben, auch mal tackern. Die FDP, das ist immer die gleiche Taktik. Erst beschließt man Klimaziele, die sich aus der Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren, ergibt. Dann tut man nichts, um diese Ziele zu erreichen und nach einiger Zeit sind dann plötzlich radikalere Schritte nötig, um doch noch zum Ziel zu kommen. Und dann sagt man, das können wir den Leuten nicht zumuten. Dann sage ich, ja dann müssen wir halt Geld in die Hand nehmen, um den kleinen Leuten zu helfen. Ah na, das geht nicht wegen der Schuldenbremse, sorry, da ist nichts zu machen. Alles ein riesiges Fiasko. Dabei wünschen sich die Menschen im Land doch nichts sehnlicher, als dass sich im Angesichts der drohenden Klimakatastrophe für die Parteien alle an einen Tisch setzen und Lösungen finden, anstatt die bekloppten Parolen der AfD nachzuplappern. Aber letztlich braucht sich die AfD gar nicht anstrengen, an die Regierung zu kommen. Sieht man den aktuellen Asylkompromiss der EU, da kann man nur sagen, die AfD ist nicht an der Regierung, aber ihre Ideen werden längst umgesetzt. Hier ist das Rundfunk-Tanzorchester Syltz. Na, Bünd! Hier ist aber heute Abend keiner von den Grünen, oder? Nicht, dass hier irgendwo noch so ein Grüner rumlungert und mich mit seiner kranken Ideologie ansteckt. Zum Glück hat der Markus Söder die Grünen ja längst durchschaut. Der Söder hat den Röntgenblick. Darum guckt der auch immer so verstrahlt. Hier, jetzt alles im wörtlichen Zitat von der Nürnberger Presswurst. Die Grünen sind mittlerweile der Armutstreiber in Deutschland geworden. Woran erkennt man Grüne? An den Waschgewohnheiten. Die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Stellt euch vor, ein Kindergeburtstag soll mit Brokkoli und Karotten zum Erfolg geführt werden. Genau! Ne, auf so einem ordentlichen bayerischen Kindergeburtstag, da gibt's Weizenbier und ein halbes Schwein auf Toast für die Adipösenblagen. Natürlich, endlich sagt's doch mal einer. Ne, beim Söder geht's ja nicht mehr um politischen Anstand, sondern um einen populistischen Zustand. Ich meine, alle reden immer über die Spaltung der Deutschen. Aber der Söder hat doch endlich wieder mal einen gemeinsamen Nenner erkannt. Ganz Deutschland ist sich einig. Die Grünen sind schuld. Ne, und warum? Ja, warum denn nicht? Ja, bitte Sie, die Grünen haben doch alles kaputt gemacht. Erst haben Sie über Jahre verhindert, dass in Bayern Windräder gebaut werden. Ne, und jetzt wollen Sie keinen Atomstrom. Und wer der Hofreiter 2022 mit seinem Lastenrad nicht in Russland einmarschiert, hätten wir auch immer noch billiges Gas. Ne, natürlich, die Grünen sind doch völlig verrückt. Und jetzt reden die auch noch von feministischer Außenpolitik. Nur weil da eine menstruierende Person die Frühstücksdirektorin macht. Ja, sind die denn komplett bekloppt? Wofür hat denn Friedrich Merz jahrelang auf der Ersatzbank rumgelungert, wenn jetzt Frauen die spannenden Jobs kriegen? Ne, das Letzte, was wir brauchen, sind weibliche Perspektiven. Ja, entschuldigen Sie mal. Außenpolitik, das ist eine Testosteron-Party. Wenn der Macron dem Donald Trump die Hand gegeben hat, dann ging's minutenlang nur darum, wer zuerst blinzelt. Da geht's um Stärke, ne, und nicht um dieses Weiberzeug. Unsere Außenpolitik war doch immer so erfolgreich, weil wir auf alle Werte geschissen haben. Ne, und wenn man sich den neuen europäischen Asyldeal anschaut, dann merkt man doch sofort, jetzt geht's plötzlich um so Dinge wie Humanismus und Solidarität. Ne, und zwar in Haftlagern, direkt an der Grenze. Sowas hätte das doch unterm Kanzler Friedrich Merz nie gegeben. Die Grünen machen alles kaputt. Ne, die haben doch die komplette deutsche Wirtschaft zerstört. Und zwar ne Mittwochmorgen um halb zehn. Das muss man sich mal vorstellen. Ne, morgens um halb zehn haben die schon die komplette deutsche Wirtschaft zerstört. Da hat der Rest der Republik noch nicht mal seinen Knoppers gefressen. Was uns ja auch von den Grünen genommen wird. Ja, weil der Özdemir ja Süßigkeitenwerbung verbietet. Ne, und wenn nicht mehr an jeder Straßenecke ein Plakat für Schokoriegel steht. Ja, woher soll ich dann wissen, dass man Schokoriegel in jedem scheiß Supermarkt kartonweise kaufen kann? Wo soll das denn noch hinführen? Wenn ich nicht regelmäßig Werbung für Granofink sehe, dann struller ich mir doch den ganzen Tag in die Hose. Da läuft's mir den ganzen Tag in die Buchse und ich weiß nicht mal warum. Ne, aber ich weiß wer schuld sind. Die Grünen. Ne, allein dieser ganze Familienfilz in Habecks Clan regierten Wirtschaftsministerium. Mein Gott, war ich geschockt. Aber das hat's doch vorher nie gegeben. Oder können Sie sich noch daran erinnern, dass der bayerische Kulturstaatssekretär Bernd Sippler von der CSU über Jahre seine Frau und seine Mutter angestellt hat? Ja. Oder dass der CSU-Landwirtschaftsminister Helmut Brunner seinen Frauen Job besorgt hat? Oder dass die CSU-Justizministerin Beate Merck ihre Schwester für sich arbeiten ließ? Oder dass der CSU-Kultusminister Ludwig Spähnle seine Frau als Mitarbeiterin eingestellt hat? Oder dass der CSU-Fraktionschef Georg Schmid mindestens 340.000 Euro an Sozialbeiträgen hinterzogen hat, weil seine Frau und eine Mitarbeiterin 22 Jahre lang als Scheinselbstständige angestellt waren? Oder dass die bayerische Tochter des CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, der schon in die Zwick-Affäre verwickelt war, dass diese Tochter namens Andrea Tandler Millionenprovisionen für Maskenlieferungen an den Staat abgezockt haben soll? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Es tut doch so gut, den Grünen mal so richtig schön die Fresse zu polieren, oder? Mal endlich wissen, wer uns den ganzen Scheiß eingebrockt hat. Denn nicht wir als Gesellschaft haben jahrzehntelang die Augen vom Klimawandel verschlossen, sondern die Grünen. Denn nicht die deutsche Wirtschaft hat entscheidende Veränderungen verpennt und notwendige Transformationen vor sich hergeschoben, sondern die Grünen. Denn nicht wir haben uns von fossilen Energien abhängig gemacht, sondern die Grünen. Das tut so gut. Zum Glück haben wir die. Damit wenigstens irgendjemand an unserem Versagen schuld ist, genießen Sie den Klimawandel. Applaus Steffi? Ja? Steffi, glaubst du, dass Tote wieder auferstehen können? Nein, Thorsten, vergiss es. Ich fass dich da unten nicht an. Nein, nein, nein. Ich meine eigentlich tote Körper, die aber auf wundersame Weise wieder zum Leben erwachen. So wie im Puppentheater. Puppentheater. Das ist doch Kinderkram. Nein, nein, ich rede von Zombies. Oh Gott. Ist schon wieder CSU-Parteitag? Steffi. Steffi, im Ernst. In einer Studie für ein Immobilienportal wurde jetzt ermittelt, wo man in Deutschland eine Zombie-Apokalypse am besten überleben würde. Wahrscheinlich in Düsseldorf. Wieso? Bei denen sind die Gehirner schon ausgesaugt. Steffi. Steffi, eine Zombie-Apokalypse. Das ist was ganz, ganz Grauenvolles. Schreckliche Horden, Bleicher, Sabbernder, Untoter fallen über alles her, was sie in die Finger kriegen. Das klingt nach Erzbistum Köln. Und, Steffi, weißt du jetzt, wo man laut der Studie am sichersten ist? Nee, Bitburg-Prumm. Wo ist das denn? Denken sich die Zombies auch. Was willst du mir damit sagen? Den letzten Platz belegt übrigens Gelsenkirchen. Kein Wunder, da ist die Apokalypse ja schon Realität. Steffi, übrigens hat bereits 2009 die Universität Ottawa mit mathematischen Modellen errechnet, dass im Falle einer Zombie-Apokalypse sowieso niemand überleben würde. Mensch, die Wissenschaft sorgt immer wieder für überraschende Erkenntnisse. Oder hast du ein Gegenmittel gegen Zombies? Na ja, es gibt zumindest eins, was man erfahrungsgemäß sicher machen kann, um die Aufmerksamkeit von Zombies eine Zeit lang zu bündeln. Was denn? WDR einschalten. Michael Hatzius mit Torsten und Steffi. Ja, warum steigen die Umfragewerte der AfD immer weiter? Darüber denken gerade nicht nur die klügsten Köpfe des Landes nach, sondern auch Friedrich Merz, der letzte Woche zu der Erkenntnis kam, der Aufstieg der AfD liegt am Gendern in den Nachrichten. Kann das stimmen, fragen wir uns hier. Dazu schalte ich jetzt live hinüber zur Germanistin Frau Dr. Kerl, Mitglied der CDU und Leiterin des Markus-Söder-Instituts für deutsche Sprache und Pöbelei. Hallo, Frau Dr. Kerl. Ich erbiete Ihnen getreulich einen holdseligen Salut. Frau Dr. Kerl, Friedrich Merz behauptet jedes Mal, wenn im Fernsehen gegendert wird, würden 100 Leute mehr die AfD wählen. Kann das stimmen? Fürwahr, das ist korrekt. Die Wissenschaft geht davon aus, dass allein Bettina Böttinger für 80% der AfD-Stimmen verantwortlich ist. Entschuldigung, ist das nicht eine sehr einfache Erklärung? Aber ohne Neffen. Was? Ich meine mitnichten. Die Menschen wählen die AfD, weil Rot-Grün von morgens bis abends nur noch über das Gendern redet. Und darauf hat Friedrich Merz am letzten Montag zu Recht hingewiesen. Und am Dienstag Rainer Haseloff, am Mittwoch Jula Knöckner, am Donnerstag der Berliner Kai Wegner und am Freitag und Samstag und Sonntag Markus Söder. Aber die sind doch alle von der Union. Ich denke, Rot-Grün will nur über das Gendern reden. Ja, aber die kommen ja gerade nicht mehr zu Wort. Aber mal ehrlich, ist denn Gendern wirklich so schlimm? Ja, weil, sehen Sie, Herr Sieber, gerade die Menschen auf dem Lande das nicht verstehen. So förderst Männer. Die sitzen dann am Abend in der Eifel neben ihrer Partnerin, sehen die Nachrichten und fragen besorgt, Schatz, müssen wir jetzt etwa auch gendern? Ja, und was sagt die Partnerin? Meistens muh. Bitte. Grüße in die Eifel an der Stelle. Aber Sprache verändert sich doch nun mal. Das konjizieren Sie trefflich. Zum Beispiel im 13. Jahrhundert nannte man einen Menschen ohne Fähigkeiten einen Haderlump. 300 Jahre später nannte man ihn einen Tunichtgut und heute halt Volker Wissing. Eben, eben. Ich sag mal so, Sprache verändert sich. Ja, das darf aber eben nicht zu hurtig geschehen. Denn Sprache macht ja unsere deutsche Identität aus. Unsere Sprache gibt uns Heimat. Sie kennen das doch und jeder kennt das doch. Man kehrt von der Italienreise heim. Man lässt sich nach einer langen und fatiganten Fahrt holzselig abends auf den Balkon nieder. Man trägt einen Schluck Rebensaft und lacht. Lacht aus vollem Herzen. Und wenn dann einer ruft, halt die Fresse, ich will pennen, du Arschloch. Dann weiß man, das ist meine Sprache. Hier bin ich zu Hause. Aber Friedrich Merz behauptet jetzt ja, dass Gendern einen zum Rechtsradikalen macht. Das ist doch, das ist Blödsinn, Humbug, Unfug, Narretai. Nein, das nennt man heute Wahlkampf. Viele AfD-Wähler sind Opfer der rot-grünen Sprachpolizei. Zum Beispiel der Herr Klopp. Herr Klopp, kommen Sie doch mal. Ja, einen Abend. Also ich bin eigentlich so ein ganz sanfter Typ. Und auch so voll für Menschenrechte und Multikulti und Demokratie. Aber durch dieses Gendersternchen musste ich Nazi werden. Überall wird gegendert. In den Nachrichten, in den Behörden. Letztens sogar in meinem Baumarkt. Was gab's denn da? Ja, Füllspachtel innen. Die ticken doch nicht mehr ganz sauber. Die sind doch völlig gaga. Hier. Da, da sieht man es ja, gerade bei solchen Proband innen. Ah, Sieg Heil! Merken Sie nicht was? Sehen Sie, diese Menschen sind letztlich Opfer rot-grüner Gewaltfantasien von Gendern, Cancel-Culture und drittem Geschlecht. Auf einmal sollen wir in der Sprache auf Minderheiten Rücksicht nehmen. Auf leuchtiges Geschlecht wechseln. Wissen Sie, wie frustrierend das ist? Da siehst du mal eine Frau im Dorf und dann heißt sie auf einmal Günther. Das ist doch die Hölle. Ah, also Hölle, das ist aber wohl übertrieben. Nö, also ich verstehe diese Welt nicht mehr. Männer ziehen sich Frauenklamotten an und Frauenmännerklamotten und jeder macht was er will. Nennen Sie das nicht Hölle? Nein, hier in Köln heißt das Weiber Fasnacht. Vielen Dank an meine Gästinnen und gute Rückreise ins letzte Jahrhundert. Unser erster Gast ist ein verrückter Hund. Der hat sogar noch ein Gästebuch auf seiner Homepage. Und was schreibt da ein Zuschauer über ihn? Ein außergewöhnlicher Abend gestern. Alle Vorstellungen und Erwartungen übertroffen, bis auf die Eichhörnchen. Die Amerikanischen werden die Europäischen nicht verdrängen. Die Amerikanischen sind schwerer und langsamer und werden deshalb gehäuft vom Baummarder und Habicht geschlagen. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Hier ist der Tschimmick der deutschen Kabarett-Szene. Stefan Wackubinger! Ich habe es doch noch geschafft mit der Heizungsenergie-Kompromiss. War nicht einfach, oder? So als Zukunftskoalition. Die Zukunft ist ja auch schwierig. Die Zukunft ist im Grunde wie wenn du in ein unbekanntes Gewässer gehst. Ja, du gehst immer tiefer rein, immer tiefer rein. Plötzlich hast du keinen Boden mehr unter den Füßen und dann hast du Angst ohne Grund. Du, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe schon viel Angst gehabt in meinem Leben. Nicht unbedingt vor der Zukunft, aber als Kind zum Beispiel vor Geistern. Gehst du auch, oder? Immer vor dem Einschlafen unter dem Bett nachgeschaut, ob ein Geist drunter ist. Dann wollten mich meine Eltern beruhigen und haben gesagt, das hat keinen Sinn, wenn du nachschaust, weil Geister sind unsichtbar. Da habe ich noch mehr Angst gehabt. Aber ich meine bei manchen, nein, warum erzähle ich das? Weil bei manchen Menschen erreicht man mittlerweile die Angst vor der Zukunft bis zurück in die Gegenwart. So Menschen, die wollen die Realität gar nicht mehr sehen. So wie sagt man, so Realitätsleugner gibt es ja viele, oder sogar Realitätsverweigerer. Das ist ja nochmal ein Unterschied, oder? Ob jemand die Realität nur verleugnet, oder ob er sie sogar verweigert. Oder? Ein Beispiel, weil du gerade gehustet hast. Wenn jemand liest auf diesen Packungen, Raucher sterben früher. Ich denke, egal, trotzdem weiter raucht, das ist ein Realitätsleugner. Wenn er dann trotzdem 100 Jahre alt wird, das ist ein Realitätsverweigerer. Ich sage das deswegen, weil bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich gehöre zu den Menschen, vielleicht kennst du auch solche, gibt ja viele, die meistens, also ich weiß meistens, also wirklich, vorher schon, was nachher passiert. Ich weiß es meistens schon. Und dann kommt es doch anders. Das habe ich aber als Kind schon gehabt. Du, als kleiner Schuljungen, wenn ich zum Beispiel von der Schule nach Hause gegangen bin, ich habe oft auf dem Schulweg schon genau gewusst, dass es zu Hause wieder Pilzsuppe gibt. Wir haben ja in Österreich Schwammerlsuppe sagen müssen. Davor hat es mich so geekelt. Dann kam ich nach Hause und es gab doch was anderes. Ja, war aber zu spät, weil mir war schon schlecht. Und ich kann sagen, mach mal ein konkretes Beispiel noch mit der Zukunft. Weil es ist ja gerade Sommer. Was ist die Zukunft vom Sommer? Natürlich der Winter. Ich kann mich noch erinnern, wie es war im Sommer. Da gab es damals den Quelle-Katalog. Und ich habe mich als Kind so für die Zukunft interessiert. Also nicht nur für meine eigene, auch so global im Fernsehen, zum Beispiel Raumschiff Enterprise. Da gab es im Quelle-Katalog so eine Verkleidung, so ein Oberteil, so eine Jacke, wie der Captain Kirk, wie der Chef von Raumschiff Enterprise. Und was glaubst du, wenn ich mir einmal als Kind wirklich etwas gewünscht habe? Da war das diese Jacke. Aber ich wusste ja, meine Eltern, wir haben nicht so viel Geld. Jetzt, wenn du nicht so viel Geld hast, was bleibt dir als Hoffnung? Natürlich der Glaube, gell? Die Religion. Also Weihnachten. Ja, dass ich mir eine wünsche. Und ich weiß noch genau, wie ich zu meiner Mama gesagt habe, ich würde gern so ausschauen wie der Captain Kirk. Ich hätte gerne diese Jacke. Aber meine Mama, ja, wenn du brav bist, dann strick dir das Christkind eine. Also ich wäre lieber weniger brav gewesen als die aus dem Katalog. Aber meine Mama strickt dagegen. Und es war, es war ja damals, du musst dich ja erinnern, gell? Damals war ja im Fernsehen die Zukunft noch schwarz-weiß. So hat die Mama gedacht, die Farbe spielt keine Rolle. Also so gelbliche Schafwolle, gell? Also schon so schwarze Streifen rein und dann dazu noch eine Mütze, weil es Winter war. Und das war der Papa, gell? Weil damals hat man sich die Außerirdischen ja immer mit so Antennen vorgestellt. Jetzt hat der Papa an die Mütze noch zwei so Antennen gebastelt. Und dann kam die Bescherung. Meine Eltern haben mir die Jacke angezogen, haben mir die Mütze aufgesetzt. Dann haben sie halt gesagt so, ja, wo ist denn der Stefan? Ja, wieso ist denn plötzlich der Käpt'n Klick im Zimmer? Und nein, da werde ich das vielleicht noch sagen darf, weißt du? Glaub mir, dass in der Situation damals, da habe ich schon gemerkt, wie soll ich das sagen, was das mit einem Menschen macht, wie einen andere Menschen sehen. Das war der glücklichste, der großartigste Moment meiner Kindheit. Es ist schon enorm, was das mit einem macht, wie einen andere Menschen sehen. Bis man sich dann selber im Spiegel sieht. Naja, du musst dir ja vorstellen, du musst dir ja so vorstellen, du gehst als Käpt'n Kirk ins Badezimmer und aus dem Spiegel schaut die Biene Maja. Und nein, 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 Allergien gab es damals noch nicht so sehr. Sonst hätte ich ja eine bekommen. Das hat schon gejuckt und geratzt, furchtbar. Das war Schafwolle, aber gut, damals hat man gesagt, das ist Schafwolle, das kratzt halt. Dann musste ich noch in den Weihnachtsgottesdienst, in die Mitternachtsmette mit der neuen Jacke. Das war damals mein Weihnachten. Ich kann mich noch gut erinnern, weil wir saßen in der vorderen Kirchenbank. Da musstest du ja ganz still sitzen als Kind, du durftest dich ja nicht rühren. Aber das hat halt so gejuckt und gekratzt. Aber ich durfte mich ja nicht rühren. Ich habe nur das Kindlein im Stroh liegen sehen und habe mir gedacht, ich weiß, wie du dich fühlst. Und diesen Heizungskompromiss, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, so mancher, so mancher von der Regierung, der fühlt sich gerade genauso. Schönen Abend. Stefan Wackowiner. Das ist er. Stefan. Ja, man kann sich in der Welt auf nichts mehr verlassen, oder? Bei uns in Nippes wurde am Dienstag der gelbe Sack nicht abgeholt. Und damit ist nicht Christian Lindner gemeint. Ja, bitte, bitte. Aber auf eine kann man sich auch in schwierigen Zeiten verlassen. Und das ist die Bild-Zeitung. Ein Blatt, das in eine aufgeheizte Stimmung ein wenig Ruhe und Sachlichkeit reinbringt. Gerade zum Beispiel im Umgang mit Robert Habeck. Hier, ich habe es dabei. Roberts fünf dickste Haarböcke. Habeck verkauft unsere Werte. Was für ein Verrat. Und natürlich kann man jetzt sagen. Ja, Bild ist eben wie Thorsten. Ja, kurz und knackig. Aber Bild ist bis heute eine Macht. Mit einer Auflage von täglich mehr als einer Million Exemplaren gehört die Bild zu Europas größten Zeitungen. Und digital sind es zwölf Millionen Leser täglich auf Bild.de. Mehr als jedes andere Online-Medium in Deutschland. Bild hat Einfluss. Und wenn die Bild vom Heizungshammer schreibt, dann ist sich die CDU nicht zu schade, den Begriff zu übernehmen und sogar noch eine rote Sockenkampagne gleich mitzuverwursten. Den Heizungshammer der roten Ampel stoppen. Was die CSU dazu veranlasst, da noch einen draufzusetzen und mit Nein zu staatlicher Heizungsspionage Robert Habeck mit der Stasi in einen Topf zu werfen. Robert Habeck mit der Stasi vergleichen. Also das ist doch Propaganda für den schnellen Effekt. Wer macht denn sowas? Sag mal, hat der Sieber am Anfang Christian Lindner mit einem gelben Müllsack verglichen? Das ist Kabarett. Kabarett. Die Bild-Zeitung für Linke. Und der Umgang mit Robert Habeck ist ja nur ein Beispiel. Die Klimaschützer der letzten Generation haben das Bild genauso angetan. Stadt knickt vor Klimakaoten ein. Muss letzte Generation verboten werden. Klimakleber sind Kriminelle. Ich finde die Methoden der Klimaaktivisten auch nicht unbedingt der Sache dienlich. Aber wenn die Bild so eine Kampagne fährt und gleichzeitig der Staat mit radikaler Härte gegen Klimaaktivisten vorgeht, dann sollte man sich die Rolle der Springerpresse bei der 68er-Bewegung vor Augen halten, die am Ende zur Gründung der RAF geführt hat. Oh nein! Oh nein! Der WDR-Justizjahr. Darf ich das so nicht sagen? Dann sage ich es, wie es die Bild sagen würde. Ist die Bild schuld an der Gründung der RAF? Ja, und auf Seite 5, da machen wir dann die Richtigstellung. Das ist hier irgendwo ganz klein. Sie können es gerade nicht lesen. Ja, dann scheint es ja nicht so wichtig zu sein. Torsten, weißt du, wie man als Klimaschützer in diesem Jahr trotzdem in den Urlaub fliegen kann? Ne? Sich einem Ferienflieger festkleben. Bild generiert sich als Stimme des Volkes. Dabei denken die Verantwortlichen ganz anders. Hier, Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Springer. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Bild kommentiert nicht die Politik. Bild macht Politik. Hier, Kai Diekmann, seinerzeit Chefredakteur der Bild, ist Trauzeuge bei Helmut Kohl. Und Kohl Trauzeuge bei Diekmann. Oder, Beispiel Corona. Moment, bei Corona waren das die Einzigen, die mal eine andere Meinung vertreten haben. Da gab es lange nur die Bild und mich. Bild macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Corona-Alarm bei Buchumer Polizei. Corona-Alarm in Kölner Einkaufsmeile. Nach Urlaub. Berliner Ehepaar löst Corona-Alarm aus. Corona-Alarm in Asylbewerberheimen. Corona-Alarm an Berliner Schulen. Nur um wenige Wochen später zu schreien. Die Alarmstimmung schadet Deutschland. Schluss mit der Panikmache. Das alles. Das alles. Gepaart mit einer unfassbaren Scheinheiligkeit. Beispiel Gaffer. Ihr Gaffer. Seid echt das Letzte. Nur um auf der anderen Seite Bildlesern Geld zu bezahlen, wenn sie Fotos von Unfällen schicken. Oder hier, Heiligabend vor ein paar Jahren. Politiker fordern, Christen sollen im Weihnachtsgottesdienst muslimische Lieder singen. Oh. Was sind denn bekannte christlich-muslimische Weihnachtslieder? Naja. Zum Beispiel. Alla Jahre wieder. Ah. Ja. Oder. Hai-Chi-Bum-Bai-Chi-Hat-Bum-Bum. Steffi. Mehrere Politiker hätten das angeregt. Allen voran. Und mit Noripur von den Grünen. Reaktion der Leser. Geht's noch? Sollen wir den Nicht-Christen jetzt noch den Arsch lecken? Eher sterbe ich als muslimische Lieder zu singen. Und wer springt da auf? Spiegel online oder fatzenet übernehmen die Nachricht ungeprüft. Und Bild legt nach. Große Debatte. Warte. Wenn man feuchte Hände braucht, hat man sie nicht. Große Debatte um muslimische Lieder im Weihnachtsgottesdienst. Und dann wird der Hass geschürt gegen solch unsinnige Forderungen der Politik. Was ist aber tatsächlich passiert? Die Idee stammt gar nicht von Politikern, sondern von Bild selbst. Die hatte nämlich bei Omid Noripur angerufen und gefragt, ob er bereit sei, die Forderung zu erheben, dass als Zeichen des friedlichen Zusammenlebens in Kirchen zur Weihnachtszeit ein islamisches Lied gesungen werden soll. Daraufhin habe er geantwortet, dass die Forderung nur dann sinnvoll sei, wenn auch Weihnachtslieder in der Moschee gesungen würden. Und Bild macht daraus diese Meldung. Und dieses Vorgehen, diese Hetze ist längst von der Politik übernommen worden. Eine katholische Kita in Hessen hat vor wenigen Wochen einen Brief an die Eltern geschrieben und mitgeteilt, dass in diesem Jahr keine Vater- und Muttertagsgeschenke gebastelt werden, weil Kinder von Alleinerziehenden das oft als kränkend empfunden haben. Zum Beispiel ein Vatertagsgeschenk zu basteln, zu dem es am Ende keinen Vater gibt. Was aber Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union und Mitglied im CDU-Bundesvorstand nicht davon abhielt, flankiert von der Bild-Zeitung den Brief mit voller Adresse der Kita und dem Kommentar Im Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt, zu veröffentlichen. Und dann, die Kita wurde von einem Shitstorm überrollt. Es gab Morddrohungen gegen Kita-Mitarbeitende. Ein Shitstorm, der nicht mehr Halt vor den Kindern machte. Und das alles initiiert von einem führenden Mitglied einer christlichen Partei. Merken Sie sich mal, dieses Gesicht, der wird noch ein ganz großer. Und Bild geht über Leichen. Was? Kann man nicht sagen, dass Bild Mitschuld trägt am Tod vieler Menschen? Aber ich habe mit Herrn Wallraff gesprochen und der sieht das ganz anders. Herr Justiziar, Bild betreibt immer wieder Rufmord, auch im wortwörtlichen Sinne. Es wurden schon Menschen von Bild in den Suizid getrieben. Ich bin im Besitz von Abschiedsbriefen, in denen sie Bild dafür verantwortlich machten. In meinem Buch Zeugen der Anklare habe ich das dokumentiert und in Köln und in anderen Großstädten auch plakatieren lassen. Viele Grüße, Günter Wallraff. Bild. Bild bestimmt, was Recht und was Unrecht ist. Bild ist Richterin und Berichterstatterin zugleich. Sie klagt nicht nur an, sondern sie verurteilt und exekutiert. Oder wie es der Schriftsteller Max Gold. Ich zitiere ja nur. Die Bild-Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Ja? 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 Aber, da sag ich nur, Bild dir halt deine Meinung. Vielen Dank. Über die nächste Gästin habe ich mir schon eine Meinung gebildet. Die ist großartig. Hier ist die wunderbare Lena Liebkind. Ich habe letztens eine Talkshow gesehen, so eine politische. Und da ging es um Arbeitsethik. Es ging um den Unterschied zwischen den Generationen. Und auf der einen Seite haben wir die Babyboomer. Ja? Die sind ja quasi schon so auf der Kreuzfahrt Richtung Märcheninsel Rente. Und die Talkshow, die war sich einig, das wird das letzte Schiff sein, was er pflegt. Weil danach wird dieser Dienst eingestellt. Ja. Und sie sollen ja auch in wohlverdiente Rente gehen. Weil die haben ihr Soll erfüllt, ja? Die dürfen ihr Leben jetzt endlich mal genießen. Sich mittags schon einen reinstellen. Irgendwie mit dem Wohnmobil durch Europa fahren und endlich, endlich im Vormittagsfernsehen interviewt werden, weil sie einen Riesenkürbis gezüchtet haben, der aussieht wie Peter Altmaier. Das ist doch schon mal was. Und auf der anderen Seite war die Generation Z oder Gen Z. Das sind die Enkel, ne? Die sind jetzt legal erwachsen. Und die wollen genau das Gleiche. Die wollen sich mittags schon einen reinstellen. Die wollen im Elektromobil durch Europa fahren und einen TikTok-Kanal machen, wie man Kürbisse züchtet, die aussehen wie knubbelige Politiker. Also gar nicht so viele Unterschiede, ne? Wisst ihr, wer nicht dabei war bei der Talkshow? Meine Generation. Ja. Wir bleiben einfach zurück auf diesen brennenden Müllhaufen. Und ich weiß nicht, schlürfen unsere Hafermilch durch unsere Plastik- oder ne, lieber Papierstrohhalme. Und wir sind so eine Sandwich-Generation, ne? Also wir sind jetzt in unseren 30ern und 40ern und zerquetscht zwischen Avocado-Toast, Hypotheken-Zinsen und nem schlechten Gewissen. Und kennt ihr noch diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre? Ja, damit wurden wir ja aufgezogen. Wir wurden noch, meine Generation ist noch mit alten Werten aufgewachsen, aber für so ne neue Welt. Leute, ich hab in meiner Ausbildung noch gefaxt. Okay? Wofür? So. Und wir haben jahrelang unbezahlte Praktika gemacht und dann die Welt digitalisiert. Aber aus Rache. Denn jetzt ist jeder 24-7 erreichbar. Gern geschehen. Ja. Und jetzt müssen wir uns halt von den Boomern anhören. Wo bleibt denn eure Arbeitsethik? Also wir hatten kein Homeoffice. Leute. Nur weil ich in Unterhosen auf meiner Couch sitze, heißt das nicht, dass ich nicht arbeite. Okay? Ich habe noch vor dem ersten Kaffee 15 E-Mails mit einer KI beantwortet und meine Steuererklärung auf einer App gemacht. Weil, ja, danke. Oh, wow. Ja. Ja. Das will ich. Denn viele von uns sind selbstständig und in einer toxischen Beziehung mit dem Finanzamt Nordköln. Wir reden also gar nicht darüber, wie viel wir arbeiten. Man diskutiert bei Arbeitsethik darüber, mit wie viel Bock wir unsere Arbeit machen. Wie sehr wir uns mit unserer Arbeit identifizieren. Leute, wir hatten drei Jahre Pandemie. Den Angriffskrieg auf die Ukraine. Femizid im Iran. Wir hatten Taliban in Afghanistan. Rechte Gewalt in Deutschland. Inflation. Und ihr fühlt es? Klimawandel. Ich glaube nicht, dass unsere Arbeitsethik das Problem ist. Okay? Ich finde, jeder Mensch, auch jeder Mensch hier oder zu Hause, jeder Mensch, der morgens aufsteht und die Arbeitsethik in so einem Becher Kaffee ertrinkt und auf der Arbeit das absolute Minimum macht, ist für mich eine Heldin. Ja. Mit Gendern. Wirklich. Und ihr dürft auch selber für euch klatschen. Ich weiß, manchmal sitzt ihr auch da und denkt so, wann ist endlich Freitag? Ja. Die Welt ist verrückt. Und die Boomer-Blase hat uns immer gesagt, wir sollen hart arbeiten, um den gleichen Luxus zu haben. Aber wir kennen jetzt die Wahrheit. Die Karriereleiter ist dein Hamsterrad aus Scheiße. So. Und dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der riecht doch so förmlich nach Urgroßvaters Mottenkugel. Und wenn ihr mich fragt, auch ganz hart nach nicht aufgearbeiteter Kolonialgeschichte. Und wir glauben dieses Märchen, dass das Glück immer erst morgen da ist. Aber wenn wir heute nichts ändern, dann wird sich morgen auch nichts ändern. Und deswegen mein Vorschlag. Ich glaube nämlich, es fehlt so ein bisschen Wertschätzung auf allen Seiten, oder? Da hat sich ein bisschen was verkeilt. Wir machen eine Familienaufstellung. Das hat meine Generation in der Burnout-Klinik gelernt. Ja. Das können wir gut. Wir bitten alle in einen Stuhlkreis, die Boomer hier hin, die Enkel dahin. Und jetzt, liebe Gen Z, bitte bedankt euch mal bei den Großeltern. Liebe Großeltern, danke. Danke, dass ihr Ende der 60er auf die Straßen gegangen seid für Bildung und freie Liebe. Und liebe Omis, danke, danke für die Pille und dass wir Frauen jetzt einfach ohne die Erlaubnis eines Mannes arbeiten gehen dürfen. Geil, oder? Einfach so. Wir dürfen sogar ein Konto haben. Und liebe Boomer, eure Enkel, die sind genauso wie ihr. Die gehen auf die Straße für ihre Rechte, für ihre Zukunft. Und guckt mal, was ihr geschafft habt. Und wollt ihr nicht sehen, was die ganz Jungen so schaffen können, wenn man die einfach lässt? Und das Gute ist, macht euch einfach keine Sorgen um uns, um uns Millenials. Ja, wir kommen schon klar. Wir gehen morgen einfach wieder arbeiten, weil einer muss ja irgendwie den Bums am Laufen halten. Aber das Gute ist, wir gehen zur Therapie und arbeiten an unserem Mindset. Denn wenn das keine Arbeitsethik ist, dann weiß ich auch nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Hallo Wolfgang. Ja, Moment, ich frag den Peter. Peter? Der Wolfgang Kubicki ist dran. Er hat 101 Fragen. Ja, aber was denn für Fragen? Rhetorische Fragen, offene Fragen, Fangfragen, Informationsfragen, Gegenfragen, Kontaktfragen, Zustimmungsfragen, Verständnisfragen, Suggestivfragen. Oder einfach nur dumme Fragen? Rhetorische Fragen, offene Fragen, Fangfragen, Informationsfragen, Gegenfragen, Kontaktfragen, Zustimmungsfragen, Verständnisfragen, Suggestivfragen. Oder einfach nur dumme Fragen? Egal, Hauptsache dem Habeck geht's auf den Sack. Ja, gut, aber was will er denn wissen? Wolfgang, was willst du denn wissen? Ja, Moment, ich frag den Peter. Also eine seiner 101 Fragen ist, in wie vielen Mehrfamilienhäusern in Deutschland wird der Dachstuhl als Wäschetrocknungsraum genutzt? Ja, was für'n Dach denn? Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Samstag oder Sonnendach? Moment, Feierdach. Ja. Da muss ich den Manni fragen. Wolfgang, da muss er den Manni fragen. Manni? Manni? In wie vielen Mehrfamilienhäusern in Deutschland wird der Dachstuhl als Wäschetrocknungsraum benutzt? Was? Achtensgehalten? Was? Was? Achtensgehalten? Was? Achtensgehalten? Ja, sag das doch gleich. Der Manni sagt, der Kubicki hat nen Dachstuhl. Wolfgang. Hörst du, der Günder sagt, dass der Manni sagt, dass du nen Dachstuhl hast. Ja, du hast uns doch angerufen. Jetzt hat er aufgelegt. Eiei. 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 Ludolf? Ja? Moment. Peter, der Habeck ist dran. Er braucht 101 Antworten. Und jetzt kommt der Mann mit den 1001 Antworten. Hier ist der großartige Tobias Mann. Wartesaal ist das schön. Freu mich. Ja, vielen Dank. Hören Sie, was hier los ist. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank, vielen Dank für den wunderbaren Applaus. Und Sie haben es sicher mitbekommen. Razzia gegen die letzte Generation. Und genervte Autofahrer in ganz Deutschland jubilieren. Und genervte Autofahrer, da merken jetzt Germanisten, oh ein Pleonasmus. So was wie weißer Schimmel oder selbstherrlicher Söder. Und da frage ich mich, was haben die gedacht, was die bei der Razzia finden? Fünf Warnwesten und ein Zehnerpack Britstifte? Ich habe keine Ahnung. Und über die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme kann man sich ja streiten. Aber wenn das Bayerische Landeskriminalamt auf einer Website einfach ohne jede Rechtsgrundlage als Fakt feststellt, die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung. Da frage ich mich schon, dass LKA auf dieser Basis nicht mal eine Razzia bei sich selbst machen müsste. Und meine Sympathien für die Aktivisten sind durch diese Aktion eher gestiegen. Und das, obwohl ich bei der letzten Generation ansonsten immer so ein bisschen hin- und hergerissen bin. Ich bin da unsicher. Ich bin bei dem Thema wirklich unsicher. Und diese Unsicherheit, die wird gnadenlos ausgenutzt. Von meinem Nachbarn. Der Drecksack. Steht der kackfrech letztens am Zaun und ruft schon so selbstsicher. Na, Herr Mann, Sie links-grün-versiffte Lasterradfahrer. Was sagen Sie dazu, dass die ganze Aktivisten sich da überall festkleben und so Kunstwerke mit Kartoffeln zu beschmeißen? Ja, was sagen Sie dazu? Und dann stand ich da. Ja, von der Sache her ist es richtig. Aber die Mittel sind so mittel. Und dann ist der durchgedreht. Wie Mittel? Herr Mann, das ist eine Zumutung. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher. Aber ist das nicht der Kern von Protestaktionen, dass sie eine Zumutung sind? Protest ohne... Muss ja sein. Protest ohne Zumutung ist ja eh nicht effizient wie ein Exhibitionist in der Sauna. Da sagen ja auch alle halt, die Fresse setzt sich hoch, gleich ist Aufguss. So ist das ja. So wie heute Abend hier, ja. Und dann hieß es, Herr Mann, wolle Sie alles rechtfertigen, was die Klima-RAF da macht? Und da muss ich mal eins sagen. So Vergleiche wie Klima-RAF, das ist populistische Tomatensuppe auf einem eigentlich ehrenwerten Anliegen. Und dann höre ich aber aus der Politik auch, doch, doch, das passt der Vergleich, das ist Terrorismus. Genau, Herr Dobrindt. Ja, weil wir alle wissen ja, dass das Schlimmste an Andreas Bader war, dass er sich an Kaufhäusern festgeklebt hat. Natürlich ist Gewalt indiskutabel. Und es dürfen keine Menschen gefährdet werden. Aber wenn wir schon von Recht und Unrecht reden, der Klima-Expertenrat hat der Bundesregierung einen eklatanten Verstoß gegen das Klimaschutzgesetz attestiert. Bei diesen Themen ist nämlich die Frage nach Recht und Unrecht, die ist schön komplex. Nehmen Sie Lützerath. Da haben RWE und die Landesregierung immer gesagt, es war alles rechtens. Und auch wenn das vielleicht tatsächlich so war, frage ich mich, ob das dann nicht so ein Fall ist, bei dem man sieht, nicht alles was rechtens ist, ist auch automatisch richtig. Ein paar sind noch nicht überzeugt. Ein paar sind noch nicht überzeugt, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie samstags morgens um 7 Uhr den Laubbläser anwerfen, sind Sie zwar im Recht, aber Sie sind ein Arschloch. Und dennoch natürlich, ich tue mir mit manchen Aktionen der Aktivisten wirklich schwer. Zum Beispiel das Sonnenblumen-Gemälde mit Suppe besudeln, das finde ich auch irgendwie erstmal blöd. Auf der anderen Seite sind bei Klima-Themen manche Menschen so ein bisschen wie Van Gogh. Sie hören nur mit einem Ohr zu. Ich bin immer froh, wenn da gelacht wird. Da weiß ich, ich muss intellektuell nicht mehr bei Null anfangen. Aber genau darum muss man doch bei jedem Protest fragen, was bringen diese Aktionen der Sache. Und da sagen Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen mir dann, ja dadurch wird wieder mehr über das Klima geredet. Das stimmt, es wird aber auch viel über Klebstoff und Tomatensuppe gesprochen. Außerdem habe ich das Gefühl, ich weiß nicht wie es Ihnen geht, dass so bei manchen Klima-Aktionen so viele Menschen so eine Art pubertäre Gegenreaktion auf einmal zeigen. So quasi Kubicki-eskes Verhalten. Die drehen da durch. Was? Die kleben sich fest. Dann heize ich jetzt mit offenem Fenster. Dreh die Heizung auf Gatti. Die haben sich schon wieder festgeklebt. Und jetzt gehe ich dusche. Ich gehe jetzt sieben Stunden lang, gehe ich dusche. So heiß, bis mir die Haut vom Körper fällt. Dann setze ich mir einen Federschmuck auf den Kopf und sing Laila. Weil die Leute Bananen sind. Und nochmal ganz deutlich, dass sie zu Hause aussitzen, ich muss jetzt dusche. Ich kann manche Aktionen, die da passieren, nicht verstehen. Aber ich verstehe die Frustration der Aktivistinnen und Aktivisten, die dazu führen. Mir geht es doch beim Blick auf die lahmarschige Klimapolitik genauso. Im Grunde, ja. Man muss sich das immer wieder klar machen. Im Grunde fordert die letzte Generation nämlich nur ein, das geltendes Recht eingehalten wird. Und schaut mal genauer hin, sind die konkreten Forderungen gemessen an den klimapolitischen Herausforderungen eigentlich noch viel zu wenig. Unter dem Begriff Klimaschutzbremse auf Wikipedia ist ein Foto von Volker Wissing. Den kennen Sie, Volker Wissing, der alte E-Fuel-Zombie. Der steht doch exemplarisch für alles, was politisch in der Hinsicht schief läuft. Und ich weiß jetzt sagen, oh nein, der Linksgrün versiffte. Natürlich zieht er über den Wissing her. Ja, Moment, das sagt nicht nur ich. Wie hatte der Klimaexpertenrat der Ampel, der einst zu Wissings erfolglosem Versuch ein Klimaschutzpaket für sein Ressort zu basteln, gesagt, die Pläne zur Emissionsminderung seien, Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. So heißen übrigens auch Wissings Memoiren. Ich habe da so eine Idee. Liebe Aktivisten, klebt euch an Volker Wissing fest. Bis dann. 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 Dann würde man sich wünschen, dass japanische Wissenschaftler rechtzeitig Lösungen gefunden hätten, Müll zu sparen und ihn sinnvoll zu nutzen. Torsten, sag noch mal Klimawandel. Klimawandel? Wir sind reich. Wieso? Ich hab die Hosen voll. Torsten und Steffi! Ja, die Sommerferien stehen vor der Tür. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wussten. Und auch wir freuen uns auf eine kleine Pause hier bei der Mitternachtsspitze. Wir sind aber schon im August wieder. Ja, aber ich freu mich so, dass wir Sommerpause und du, wir fahren zusammen in Urlaub. Warte mal, wir wollten den Urlaub zusammen buchen. Von zusammen in Urlaub fahren war nie die Rede. Willst du lieber mit deiner Familie in Urlaub fahren? Geh mal mal ins Reisebüro. Also, geht doch. Herzlich willkommen im Reisebüro Schopenhauer. Ihrem Reisebüro mit moralischem Anspruch. Ach so, moralischer Anspruch. Also, ich dachte eher so an den Strand liegen und Whisky-Cola saufen. Wenn ich Moral will, dann höre ich mir das Gejammer im Spind an. Also, was ich mir wirklich für uns beide dieses Jahr mal wirklich sehr gut vorstellen könnte, wäre so 14 Tage Malediven all inclusive im Ressort. Ah, 14 Tage Malediven natürlich im Ressort. Ja. Und mit Tagesausflügen, selbstverständlich so ein VIP-Transfer, vielleicht auch so eine einheimische Tanztruppe. Ja, ach, das klingt vielversprechend, ja. Sind Sie denn vollkommen wahnsinnig? Wissen Sie, was alleine der Flug für eine CO2-Bilanz hat? Also, das ist moralisch nicht vertretbar. Ja, nee, klar, aber ich würde dieses Mal halt auch ausnahmsweise Linie fliegen. Bitte fliegst du sonst mit dem Privatflieger? Na, zum Wartesaal nehme ich den Helikopter. Meine Herren, Malediven kommt auf keinen Fall in Frage. Gerade Sie als Kabarettisten haben doch auch eine Vorbildfunktion. Ja, da hat sie recht. Ja, wir müssen auch an die nächste Generation denken. Ja, dann fahr doch mit deinen Kindern. Dubai. Wie wäre es mit Dubai? Die machen doch viel mit Solar inzwischen. Dubai. Nee, echt, jetzt Dubai. Ja? Da werden Frauen unterdrückt. So. Da können Sie ja gleich mit Rammstein eine Backstage-Party feiern. Haben Sie da Kontakte? Die Auftrag. Wie wäre es mit Venedig? Ja, Venedig. Ja, klar. Am besten mit dem Kreuzfahrtschiff. Was wollen Sie denn noch alles zerstören? Außerdem sind in Italien jetzt Postfaschisten an der Macht. Wie können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Ja, ich meine, da hat sie recht. Ja, aber du hast doch gar kein Gewissen mehr, seit du neulich mit dem SUV drei Klimaschützer von der Straße gefräst hast. Also auf jeden Fall, Faschisten geht auf jeden Fall gar nicht. Wie wäre es denn mit Fahrradfahren in Thüringen? Ja, vielleicht auch noch eine Weinprobe mit Björn Höcke? Dann nehmen wir Wanderurlaub in Österreich. Österreich? Einmarsch in Braunau am Inn? Ist Moral denn für Sie wirklich nur ein Mode-Accessoire? Nee, Moral ist für uns ein Business-Modell. Wie wäre es dann mit dem Lastenrad durch die Alpen und wir nähren uns nur von dem, was Wald und Wiese so hergibt, so ganz nachhaltig. Wissen Sie, wie viele Murmeltiere jährlich elendig verenden, weil die von Rentnern mit E-Bikes überrollt werden? Die liegen teilweise bis zu zehn Wochen im Todeskampf auf der Alm rum. Die Murmeltiere oder die Rentner? Ja, aber, aber, aber was bleibt denn da noch übrig? Eine wunderbare Destination, die von uns als moralisch richtig und extrem nachhaltig empfohlen wird. Holland. Frankreich. Bottrop. Bottrop? Bottrop, ja, da gibt es eine kleine nette familiengeführte Pension mit Bio-Vollkost. Sie wohnen bei einer munteren 72-jährigen Feministin. Sie unterstützen damit den Kampf für Gleichberechtigung. Außerdem können Sie ganz klimafreundlich mit dem Regionalexpress hinfahren. Ich fahr doch mit der Familie. Nee, nee, prima, das nehmen wir. Prima. Hallo, Mama. Ja, bezieh mal die Betten, ich hab wieder zwei. Das waren die Mitternachtspitzen. Mit unseren Gästen Lena Liebkind, Stefan Markubinger und Tobias Mann. Und danke auch an das Versorbel, Karin Dahmen, Philipp Simon, Michael Hatzius und Steffi und Thorsten. Und hier ist das Rundfunk-Tanzorchester. Wir sehen uns wieder am 19. August. Schönen Sommer. Tschüss. Tschüss! Tschüss. Tschüss. feit Untertitelung des ZDF, 2020